Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NaDailyShopNews. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie die Streamer darauf reagiert haben. Unser anderes DailyShopNews Video könnt ihr euch ja nochmal angucken. Also fangen wir da einfach mal an. I'm good. I'm not gonna get it. I'm good. This girl got some big pain. Das war ihre Reaktion gewesen. So. Ich triff's nicht mehr. Oh mein Gott, was ist der bestes Gnädel? Ja, aber wer hat es noch mal gesagt, in den Fragmenten? Der Pilotentyp sah einfach Maximilian, die einfach nicht schlecht aus, aber ich hätte eh nicht mehr. Die Maximilian. Wieso hat der Typ den Maximilian nam und die andere Flugführer? Wieso nicht Rebecca oder so? Gute Frage. Ja, ne? Ja, ne? Oh, das war's. Oh, we go sehen. Oh, we gehen uns do. Echt gut. Oh, das sind die aus. Das ist halt echt ein Renegade-Fake, ne? Schau ich ob ich den jetzt kaufen soll und dann schau ich einfach mal jemanden Mach Ist das echt ein Renegade-Fake oder? Ja, sieht der so aus Was ist ein Renegade-Fake? Wie meinst du? Es geht einmal ein Renegade und es geht einmal ein Renegade-Rader Ok Renegade-Rader ist das genau Season 1 Ok Ok Jetzt geht's mit Tofu Oh So dass ihr seht es auch noch Er hat auf dem Titel stehen Pro Scrim Er holt sich den Maximilian, ja Not Tifu Fuck Na Tofu, ne? Ah, dammit Fuck I heard again, dude Heart Und Last but not least Einer meiner Lieblinge Hamlins Ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Hamlins You are so cool, man We gotta cop this one Hold on, lemme cop, lemme cop I can't believe that, dude We gotta watch that in replay Y'all wanna see that in replay, dude? I can't believe that shit, bro I fucking can't believe that shit, dude Oh my god Are you fucking kidding me? I can't believe that shit I can't believe that shit Oh my god I can't believe that shit Oh my god, are you kidding me? Should I get that? No, I shouldn't get that Should I get this? This shit might make flames when you swing it I'll get it Dang Dang I think the bang will make flames when it shoots Or when it hits Dang I kind of want to wear this on Just because it's fire No, I can't believe that So, that was Waren jetzt die Reaktionen unserer Streamer Die wir einfangen konnten Wenn's euch gefallen hat, lasst mal ein Like da Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal Und schaut uns nächstes Mal wieder an, wenn's wieder heißt Fortnight Daily Shop News mit uns Wir waren sofort nebenan gleich, macht's gut, bis dann und tschüss So, da ist Wie ist das? Da ist die